Hallo und herzlich willkommen zu meinem Workshop Motorsport Fotografie. Heute geht es um, in der ersten Lektion geht es um die Metadaten und zwar, zeige ich euch jetzt, hallo, ich möchte anfangen mit den Metadaten. Was sind Metadaten? Was gehört zu Metadaten? Wo findet man die Metadaten und was ist der IPTC-Standard? Und dann nachher die Übersicht im Archiv. So, was sind eigentlich Metadaten? Also Metadaten sind die Daten, die man jetzt nicht nur anhand von EXIF-Daten, sondern man hat auch, also EXIF-Daten sind die Daten, die die Kamera da reinschreibt, zum Beispiel Belichtungszeit, ISO, Auflösung und das alles. Das schreibt ja die Kamera da rein. Es gibt aber noch mehrere Metadaten. Dann gibt es noch die IPTC-Daten. Das sind meistens Daten, die werden von Nachrichtenagenturen verwendet und dann erhalten Informationen wie Bildbeschreibung, Urberichtsvermerk, Ersteller- und Kontaktinformationen. Und das möchte ich jetzt in den ersten Lektionen erstmal mit euch durchgehen. Am Ende, beim Export von den Fotos, sind auch noch XMP-Dateien da drin. Das sind meistens von Adobe benutzte Dateien, die in die Metadaten geschrieben werden, zum Beispiel wie das Bild bearbeitet wurde, Informationen zur Bildbearbeitung, wie Kontrastherrlichkeit und Sättigung. Metadaten sind generell besser, oder ist besser, wenn man sie benutzt, weil dadurch kann man besser organisieren und sortieren. Also wenn ich nachher ein Archiv habe und ich gebe da Stichworte ein, dann werden mir alle Fotos diesbezüglich aufgelistet und ich kann nach speziellen, ja, nach speziellen Metadaten suchen oder nach speziellen Stichpunkten suchen oder ich kann verschiedene Einstellungen suchen, welche Fotos mit welchen Einstellungen aufgenommen werden und sowas. Das kann man alles einstellen. Des Weiteren ist das auch besser für die Agenturen, weil die können dadurch expliziter und schneller Fotos suchen. Also wenn die jetzt Fotos bei dir gekauft haben und es ist in der Zeitung, die jetzt anfragt und sagt, ja, wir wollen das Foto haben, habt ihr das, dann können die direkt suchen und sagen, ja, hier ist es, anstatt jetzt aus dem Archiv von tausend Fotos die ganzen Fotos durchzusuchen. Also, ja. Dann habe ich sie noch geschrieben, Metadreifen helfen dabei Fotos besser zu organisieren, zu sortieren und zu verwalten. Sie können auch nützlich sein, um die Einstellung einer Aufnahme nachzuvollziehen und daraus zu lernen. Das ist das, was ich gesagt habe, EXIF-Daten, IPTC-Daten und XMP-Daten. So, hier habe ich das nochmal aufgelistet. Die EXIF-Daten vereinfacht sind jetzt oben dargestellt und die IPTC-Daten sind die anderen Daten, die jetzt da eingeblendet werden. Das werden wir aber in diesem Workshop noch gemeinsam am Computer zusammen durchgehen und deswegen, ja, macht euch da mal keinen Kopf, das gehen wir noch alles durch. So, IPTC-Standards. Was gehört jetzt alles zu IPTC-Daten? IPTC heißt International Press Telecommunication Council und ist ein weitverbreiter Standard zur Speicherung von Metadaten in Bilddateien. Er wurde ursprünglich entwickelt, um die Übertragung und Verwaltung von Informationen in der Nachrichtenbranche zu standardisieren. Das heißt, also, in die IPTC-Daten schreiben wir rein. Die, da kommen wir gleich noch zu. Erstmal, Geschichte und so braucht ihr jetzt erstmal nicht wissen, Verwendung. Der Standard wird häufig in der professionellen Fotografie wie Nachrichtenagenturen und Bildarchieben verwendet. Er ermöglicht es, Bilde effizient zu organisieren und zu durchsuchen. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Und ist auch für euer Archiv besser, weil wenn ihr das alles besser sortiert habt, ihr könnt dann nachher schneller die Fotos raussuchen. Und wenn ihr jetzt sagt, ah, ich brauche noch das und das für Instagram oder ihr habt einen Kunden, der hat vor zwei Monaten, hast du ein Auto fotografiert und der fragt zwei Monate später, hast du nicht das und das Foto zufällig? Dann kannst du hingehen und sagen, na, natürlich habe ich das Foto suchst du in deinem Archiv, zum Beispiel in Lightroom, kannst du hier auch archivieren und dann findest du auch da direkt dein Foto. Was haben wir noch? Technische Details. Der IPTC-Standard definiert eine Liste von Feldern und deren Bedeutung, sowie ein technisches Format zur Speicherung dieser Felder. Diese Felder können Informationen über den Ersteller, Erstellungsdatum, den Standort und die Rechte an dem Bild enthalten. Da kommen wir gleich zu. Was wir dort alles eintragen. Wann das entwickelt würde, ist jetzt erstmal egal. Übersicht im Archiv. Da habe ich nochmal geschrieben. Fotos können im Archiv einfacher gefunden werden. Man kann nach Schlagworten suchen und bekommt sofort eine Auflistung von allen Fotos, die mit gewissen Schlagworten versehen sind. Sortierung für Kunden übersichtlicher und optimiert den Workflow. Trägt zu SOE, SEO von Google bei und deine Fotos werden im Bettennetz besser gefunden. Deine Fotos werden ja auch nicht nur auf deiner Festplatte mit den Tags oder mit den Stichworten und einem versehen oder mit den Metadaten, sondern die sind auch nachher in Google zu finden. Das heißt, wenn du gewisse Fotos hochlädst, zum Beispiel auf deiner Internetseite, und du googlest dann nach speziellen Metadaten, die in den Fotos enthalten wird, werden deine Fotos bei Google viel besser gefunden, als würdest du einfach nur ein Foto hochladen, wo einfach nur dein Name drin steht von dem Foto, was du gemacht hast. Die Kamera schreibt ja eigentlich immer eine fortlaufende Zahl. Ja, das ist eigentlich das einzige, was da drin steht, plus dann die Aufnahmezeit und das Aufnahmedatum. So, das war jetzt erstmal der Übersicht, wofür Metadaten eigentlich gedacht sind. Wir kommen in der nächsten Lektion, kommen wir zu den grundlegenden Metadaten, was wir da alles eintragen. Und das würde ich jetzt erstmal sagen, war der erste Teil. Und ja, in der zweiten Lektion gehen wir auf gewisse Metadaten an, wie wir die Metadaten einstellen, das alles. Das zeige ich euch dann auch anhand eines Beispiels am Computer.